ja meine freunde seht euch das an ich habe den wurm den zu provas habe ich da reingeschmissen und der liegt auf der genicolata drauf ich lasse mal auf pause mal gucken ob noch was passiert oder lasse ich laufen ne ich lasse laufen ne der liegt auf der spinne drauf der der wurm unfassbar unfassbar oh ich glaube er hat sich bewegt dann könnte das es gewesen sein ja warten wir mal eben schauen wir mal eigentlich war ich vor heute ja schon durch aber unfassbar er liegt auf der spinne ja der wurm unglaublich ja jetzt auch darüber zu filmen dann passiert wieder was genau dann in dem moment freunde ihr kennt das ja ne mal einmal kurz am am hintern kratzen oder am ohr und schon ist das futtertier weg aber nicht mit mir freunde nicht mit mir mit das letzte ist was ich heute abend tue ja wie gesagt das in die höhle rein filmen mit den lichtverhältnissen ist halt immer ein problem egal wie geil das handy ist ja keine ahnung was da jetzt wird keine ahnung die spinne muss also merken dass er was auf ihrem karabaks liegt gibt es doch gar nicht gibt es doch gar nicht ist ja eine ganz harte da ne 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 ja schön schön soll ich gucken wir ja was die dings macht gar nix macht gar nix gar nix macht gewittert rosen heftig na komm mach doch mal was echt es kann doch nicht sein dass du das nicht merkst dass da ein wurm auf deinem karapax liegt gibt es doch gar nicht oh ich muss auch mal rüber zu meiner freundin zu meiner neuen schon fleißig am rumlaufen fein gut da habe ich mir einen klopper geholt schön schön aber ich denke mal das ist kein problem mit der beckengröße 30 30 die höher auch das dürfte kein problem sein freunde ja wunderschönes tier wunderschönes tier habe ich mir da geholt ganz geil spaziert erst mal schön rum so hat macht meine pteraphosia die hängt auch in der ecke macht nichts könnte sie ja mal einmal moment ich mache mal auf pause kurz einen moment ja warum nicht jetzt da ich habe es jetzt mit dem pinsel ganz leicht habe ich es angestuft und jetzt nicht der wunder ja ist egal macht nichts das noch mal da liegen egal vorne so hier noch mal die schöne klasse noch einmal ich bin gespannt wann die sich heute will meine dings morinos habe ich auch gerade schon gesehen hier die beinchen dahinten sitze das heißt sie wird jetzt auch demnächst wieder rauskommt schön ok aber dann lasse ich mal jetzt heute wirklich gut sagen mache eben den rest noch fertig und sagt bis zum nächsten mal freunde was gut so meine freunde ende gut alles gut da hat sie sich noch zum schluss doch noch gekreilt die genie ja super super dann lasst ihr mal schmecken so ja dann habe ich die becken jetzt auch soweit fertig wenn wir dann sauer machen hier habe ich noch pinien mulch zeug drauf gemacht hier überall dass dieser zeug das kriegt ihr im baumarkt wie gesagt da kann man auch auf gräber schmeißen hier da und erst rein habe ich hier auf jeden fall noch schön was drauf geknallt so gesagt da hinten auch hier bei ihr auch dahinten noch ein bisschen und ja dann sieht das auf jeden fall auf jeden fall besser aus finde ich ja wunderbar würde ich sagen so alles klar cool so dann machen wir eben noch zähne aufräumen und dann war es das freunde ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020